Hallo auf das Erlebnis Sandgich 9 Höhen, Zuganfahrt in Fischbach, Bayerns Bar. Erberei und Räugig von Iga-Obergallen über Kern, Bad Münster am Gallen, Bad Häusernach nach Mainz-Hopfarnhof. Und das war's, wenn ihr noch mehr Regeln sehen wollt, abonniert ihren Kanal und dann wird die Glocke. Bis dahin noch eine Schau und bis zum nächsten Mal auf Erlebnis, dann nicht noch hin.